Kandidat und Kapitän zur See Christian Dienz aus dem Team de Maizière, Bundesministerium der Verteidigung. Und mehr kann ich Ihnen da im Detail nichts zu sagen. Mehr gibt es zur Zeit wirklich nichts zu sagen. So, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ja, und mehr ist dazu nicht zu sagen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. So, und dementsprechend, also kann ich Ihnen hierzu im Moment nichts weiter sagen. Aber Geheimdienstkreise, wie das Wort schon sagt, in der ersten Hälfte sind geheim. So eine Uniform muss man erst mal tragen können. Ihre Wertung ist Ihre Wertung. Ich sehe mich aber außerstande, das hier zu wiederholen. Das ist eigentlich ein Bereich, in den ich nicht gerne eindringe. Muss ich mir mein Dixi-Klo mit einem Soldaten selbst mitbringen oder wird das vor Ort gestellt? Sag mal, ist da Alkohol im Dienst? Die Frage war zu erwarten. Es fällt mir auch schwer, hier drauf zu antworten. Ich würde es in diesem Fall vielleicht anders formulieren. Es geht nun sehr weit in the weeds, wie der Lateiner sagen würde. Tja, ich überlege jetzt wirklich, was ich Ihnen antworten kann, weil Sie es nicht verstehen. Tja, ich bin soTT Sky. Vielen Dank.